Das ist die Guacamole ist toll, aber das hier ist ein verdammtes Brett. Ich sehe die Kommentare schon vor mir. So wie ich es hier urahn schon gemacht habe, da muss aber Koriander rein. I don't care. Guacamole Deluxe, auf geht's. Beginnt dann mit, die Avocado zu halbieren, zu entkehren und das Fleisch und feine Würfel runterzuschneiden. Avocado in eine Schüssel geben. Jetzt packt ihr direkt Zitronensaft oder Ascorbinsäure drauf, damit es nicht dunkel wird. Riesesalz, frisch gemahlener Pfeffer, etwas Knoblauchöl, eine halbe Schalotte, fein gewürfelt, ganz fein geschnittener Schnittlauch, eine halbe Chili. Und jetzt wird es richtig wild aufpassen. Sesamöl, ein paar Tropfen. Beste Mayo der Welt, einen Teelöffel, einen Teelöffel Senf, einen halben Teelöffel Paprikapulver und einen Teelöffel gerösteter Sesamsaat. Richtig schön vermengen. Brot, Guacamole, Garnelen, Schalotte, Schnittlauch und gebeiztes Eigelb.